Immer zu Jahresende darf meine Gemeinde ein Vers ziehen, auch euch. Und ich freue mich jedes Jahr, was für ein Vers wird es dieses Mal sein, weil mich diese Verse unheimlich berühren und das ganze Jahr durchbegleiten. Und ich habe gezogen, denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf deinen Wegen, auf allen meinen Wegen. Und wenn ich jetzt an die Situation denke, möchte ich Jesus vertrauen und glaube, was er in seinem Wort da auf mir zugesagt hat. Dass ich nicht alleine da durchgehe, sondern dass seine Engeln auf mich aufpassen, dass er um mich ist, dass er in mir ist und dass er mich dort durchbringt. Ich muss nur auf ihn vertrauen. Das nur hört sich leicht um, das ist für mich auch sehr schwierig. Aber diese Bibelverslieder, die helfen mir ungemein. Und sie sprechen immer wieder in meine Situation hinein, wenn es für mich unheimlich schwierig wird. Denn er hat seinen Engeln über dir befohlen, dich auf all deinen Wegen zu behüten. Dich auf den Herrn zu tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Denn er hat seinen Engeln über dir befohlen, dich auf alle deinen Wegen zu behüten. Dich auf den Händen zu tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Danke. So steht es in seinem Wort drin. Danke.